So, auf jeden Fall outfit of the day auf Chilaui Tracksuit, weil wir gehen jetzt dort ins Interview und nach dem Interview gehen wir an eine kleine Homeparty von Leuten, die wir kennen. Und ja, einfach so. Chilaui, ihr wisst Bescheid. LFTV! Hi! Ist's gut, Bruder? Ja, ich bin fertig, Bruder. Hallo, Vlog! Ist du nervös? Bro, ich steh nicht nervös, ich hab Lust, Bruder, ich sag dir ehrlich. Was ist los? Bist du hungrig? Ja, ey, ich hab eine geile Idee, lass richtig Burger King reinhauen auf der geilen Terrasse, Bruder. Hier haben wir Burger King! Burger King! LFTV! Sorry Kurz, ich wollte nur sagen, dass ich bekannt bin. Bitte? Ich wollte nur sagen, dass ich bekannt bin. Er will fragen, ob sie ein Foto machen möchten. Wollen sie ein Foto machen? Okay. Kann ich dir Weisheit sagen? Halt's mal an. Okay, sag. Wenn ich bereit bist... Auf jeden Fall, wir sind jetzt im Zug dorthin, wir haben jetzt eine Stunde dorthin und... Kann ich jetzt meine Weisheit sagen? Sag, Bruder. Wenn du nicht bereit bist, einen Schwanz zu lutschen, dann wirst du nicht erfolgreich. Ich hab ein Kaugen, kann ich meine Blase zeigen? Zeig dir ein Blas. Zeig wie du bläst. Auf jeden Fall, Touchdown! Wir sind jetzt hier. Wir hatten jetzt eine gute Stunde dorthin. Ich bin loki müde. Die Elfen auch, denke ich. Ich kann schlafen jetzt, ich bin. Weil Gott sogar wie ein Zug so bequem. Wir gehen jetzt dorthin, machen dieses Interview, schauen wie es wird. Hoffentlich bis bald. Danke, schau! Also Elfen macht jetzt hier Pipi. Ja, er muss Pipi machen. So ein Statement dazu. Bro, hör auf, hä? Jetzt hier, wo das Gebäude ist, aber loki fresh. Ja. Auf den. Das macht mich loki angst, ich hör. Der Licht ist Feuer, doch. Bro, Elfen ist hier das hardest pick. Wir sind jetzt angekommen, ähm, wir sind hier, es sieht mad, geil aus. Wie heißt du? Ich bin Dani. Er leitet das Ganze auch ein bisschen. Er gibt uns jetzt eine kleine Tour von dem Ganzen, aber es sieht schon mad, feil aus. Cool, das ist der Aufnehmerraum, wo wir heute... Ah, ich bin nervös, das ist voll loki. Ah, das ist ja cool. Teil steht. Wir sind wirklich crazy, man sieht also... Alle Tonspuren sind am aufnehmen. Schon am bearbeiten. Crazy, crazy. Wie war der Podcast für dich? Der Podcast war gut. Buenas Sison, Titties! Ich hab gesagt, halt auf, warte ein Moment... ...was Problem ist. Wann ist die Hammer? Ah, ich hab keine Backparks gemacht. Ich hab keinen Backparks. Jaaaa! Jaaaa! Oh, das ist verrückt. Aber Leute, der Podcast hat Spaß gemacht, es war Spaß PrettyBitchTV Geht abchecken, geht liken, lasst ein Follow da und Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr sie beim nächsten Smash or Pass dabei haben wollt Es ist echt mega nice gewesen Ja, it was nice, it was a good set, it was a good Podcast Wir werden drop neue Musik So, in 2 Wochen macht die Musik droppchen und ich weiß nicht Roxanne, wie war's? Nicht schlecht, war okay Bist zufrieden mit dem ersten Mal? Das erste Mal ist nicht perfekt, was ich meinst du so? Aber ja, wir sind fertig mit dem Podcast, jetzt geht ihn alle abchecken Was wir jetzt noch machen, weiß nicht I don't know, wenn wir es leiden So, was ist gut, es ist AOTV2Times hier, wir sind hier bei Icebox Ich gehe mit meinem neuen Chain, meine Queen-Shit, du weißt was ich sagen Ja, du kannst sehen, du bist die schlimmste Queen in der Haus Es ist nicht meine Chain, es ist seine Chain Aber es ist seine Chain Es ist seine Chain Hier ist es Slay, Slay Slay Wenn du ein bisschen Icebox brauchst, dann kopierst du den Icebox, du weißt Oder Produktplacement, du weißt Wir sind gerade fertig jetzt mit dem Podcast Wir waren W-Podcast in der Check, gehen auf jeden Fall abchecken wir raus Kommt, ich mache versorende Instagram-Stories, wenn wir schon dort sind, folgen auf Instagram und Snap You got me Es steht immer hier unten so Bruder, wo sind wir wieder? Ich sag euch ehrlich, der Shit ist in der K-Po Bald sogar War mad cool auf jeden Fall War mad cool, mad cool Leute, wir konnten cool connecten Auf jeden Fall Und wir sind jetzt auf dem Weg zu dieser einer Party Und wir gehen jetzt dorthin, schauen was dort ist, was da ist, weißt was ich meine? So, wir sind jetzt fertig mit dem Podcast Wir sind jetzt im Zug Zurück in die Serie Und dort Gehen wir auch an diese Home weiter, oder? Ja, ja, ja Ich mach gerade einen neuen Insta-Post Ich hab gerade guckt Geht alle liken abchecken, ihr versteht Hast du schon gepostet? Ja Geht alle liken und so, ihr wisst bescheide Wir gehen jetzt dorthin und hoffen wir cool und so Wir essen zuerst noch was, oder? Auf jeden Fall Ja, war schon ein W-Day Die waren cool, wir haben uns so gecheckt Weil ihr müsst verstehen, am Anfang Das sind so diese Leute, so mit allen, die denken, wir hatten so Beef mit denen Das ist so, wir sind wieder cool, so denke ich, oder? Also ja, wir hatten mal so einen kleinen Konflikt, kann man sagen Und ja, aber ist okay Schon 11 Uhr zu nem die Scooter fahren Und ich sag dir ehrlich, das ging mir so krank im Sommer Hey, wie geht's? Hört schon, bitch ass auf, nigger Haben die uns erkannt? Ja, Bruder Ey Was geht ab, meine Freunde? Heute wichsen wir den Leute ihren Gesicht, weil ihr wisst, was geht, man Schaut auf jeden Fall bis zum Ende Es wird ganz cool mit Elfen hier Er heilt heute meinen Penis Ich halte ihn und ich mach ordentlich Krammach-Zamba Er macht ordentlich Krammach-Zamba Er macht ordentlich Krammach-Zamba Also ich halte deinen Nee, auf ernst Unsere erste Person ist gerade hier Wollen Sie jetzt was sagen? Nein Nein, nein Auf jeden Fall Wir sind jetzt fertig So, wir haben uns ready gemacht Wir haben alle rechen wieder ganz okay Ich selbst der W-Hair-Lang langsam Und ja, wir gehen's dorthin Das wird hoffentlich ganz cool Wir treffen uns dann mit Fimi aka die Antilope Und Könnten Sie mal kurz sagen Ähm Sorry kurz Könnten Sie mal die Kamera sagen Abonniert alle AOTB2Times Was soll ich sagen? Einfach einmal sagen Abonniert Abonniert alle AOTB2Times Abonniert alle AOTB2Times Abonniert alle AOTB2Times Abonniert alle AOTB2Times Ich hab das richtig slauch gesagt Bruder, komm doch einfach auf uns zu Und diese Abschau Ja V 정 Fotot W-Aaut된 alle A foot super Ey, ich habe es gar nicht gesehen. Wenn ihr es bis hier im Video geschafft habt, lasst doch ein Like, ein Kommentar und ein Abo hier. Würde mich sehr freuen. Elfen sagt gerade sein W-Riz, das ist ein bündelchen Baby. Da seht ihr schon, Elfen kennt seine Leute. Was geht, meine lieben EOTV2-Timers? Heute belästigen wir Passion im Zug und fragen, ob sie drei haben wollen. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Wenn ihr mehr von demselben vom Format sehen wollt, dann klickt einfach den Link in der Bio. Und ja, let's go. Dankeschön. wenn der Mann eine große Danke auskennen will, dann läpen ich mich. Ich werde mich. Niemand wird das so machen. Niemand. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Jetzt ist es okay. Und ja. Ich sage noch was, was ich machen was. Was machen muss ich. Marc in it. Marc ist hier. Marc, sag kurz was, Bruder. Hey! Wir sind jetzt hier. Marc zum Fieberspiel. Hey Marc, wir spielen. 1.47 Uhr. Das ist heiß. Crazy. Auf jeden Fall, wir haben gerade 5 Uhr morgens. Wir sind jetzt auf dem Nachhauseweg. Wir sind gerade am Flughafen. Wir gehen jetzt nach Hause. Oh, was das denn? Oh, was das denn? Was das denn?